Hach Nun schon In dem Momento Oh Mann Was kann ich denn geben Ein Gummihuhn Hier Kannst ein Gummihuhn Was willst du 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 bringst mich zu weinen Hier Vielleicht will er das hier Ah klammend Hefter Hier Hier Ach Hier leppen Oh Oh was willst Oh Vielleicht etwas mit mehr Salz Ein Gummifisch Ich glaube ich werde Ich glaube ich werde Wahnsinnig Er könnte mir zumindest die Lösung verraten So So Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ich geh mal zurück zu Skamba Skamba Weil ich sonst nichts finde Weil ich sonst nichts finde Äh Vielleicht der Knochen Vielleicht will ein Knochen Vielleicht kann ich dem Hund irgendwie sein Knochen wegnehmen Gib Oder Ach Ach So Rede mit Hund Böre Hier 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 Yip, yip, yip! Yip, yip, yip! Urrrrrrrrrr! Errrr-rgh! Engg, weis er er Hund. I won't see anything special about it! Woof! Woof! Woof, Woof! 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 Das war's. Wuff. Wuff. Ich hab nichts anderes Besonderes. Was? Gehst du da ein? Rede mit Hund. Bla bla bla. Wuff. Wuff. Grrrr. Ah, ruf! Ruf, lechack! Ah, ja! Ruf, lechack! Gaaar! Arr! Arr! Mokar! Siis, yessin! Ah, ja! Ruf, lechack! Ruf, lechack! Ruf, lechack! Vielleicht gibt er mir irgendwann den Knochen, wenn ich ihm auf die Nerven gehe. Vielleicht will er ein Pfefferminz! Gib Pfefferminz dem ... ... ... ... ... Falsche Lippen. Witz mit schlechten Büchern. Ich kaufe dir den für 204. hier die Bühne auch schon alles der macht doch gar nichts mit dem darf ich ja nichts das kann ich dann machen hier gibt das Ding da in der er will auch gar nichts ist er draußen Mir fällt nichts mehr ein. Ist er draußen? Ah, da kommt er ja. Lalalala. Nein! Nicht schließen, reingehen. So. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich mache. Das ist refreshing. Ja, ja. Gibt das, äh... Geh zum Eintopf. Hm, stud meat. Hm, Fleisch, äh, ja, ja. Ah, da, 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 da. Wachs. Äh, Gummihuhn. Äh, das Ding. Komm schon, irgendwas. Ein Heftent... Ein Klammerenthefter. Ein Buch mit schlechten Witzen. Eine Schaufel. Komm schon. Geld. Äh, äh... Vogel lässt du für Geld den Fisch in Ruhe. Äh, Prospekt. Ne, der kennt auch die Schle... Das da. Das da. Ich versuche alles. Ich versuche alles. Gib Fisch. Gib dem Fisch dann... Die schlechten Witze. Meine Güte. Pfefferminz. Ich versuche mein Bestes gerade. Hier, ein Hühnchen. Ach. Da will ich verarschen. Fass. Was? Ich denke, es ist voll von dem fulgenden Pirates Drink. Naja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Student Mead. Ja. Hm, ja. Auch. Also, die Tür nochmal schließen. Hier. Hä? Was war das? Nimm! Nimm! Haha! Winner, winner, loser, loser, dieser Vogel. Ich habe gewonnen. Gewonnen. Ich habe gewonnen. Wer triumphiert über den Vogel? Guy Brass, Reboot. Und, äh, ich rate mal, der... Der Fisch geht an den Troll. Der trollt sich dann unter die Brücke. Denn der Fisch kommt ja aus dem Wasser. Demnach ist er salzig. Denn das Meereswasser ist... Im Meereswasser ist Salz drin. Da... Da können wir ja nicht streiten. Darüber. Deshalb versuche ich es mal mit dem Fischchen. Das Fischchen geht an den Trolli. Aber ich weiß ja nicht, weil ein Fisch eher was zu essen ist und nicht gerade nutzlos. Ich weiß ja nicht. Lauf! Lauf! Vielleicht funktioniert mein Plan. Hier ein Fisch. Das da. Äh, ich meine das da. Ja, gib! Toll! Ah! A red herring. Pass! Endlich! Der will mich doch verarschen! Und jetzt! Ja, ich glaube das war... Ja. Eine kleine Anspielung auf Star Wars, würde ich mal sagen. Stans. Ja, ja. Stans. Ein Grog Automate. Sieht nicht irgendwie mit Cola in Verbindung richtig. Ähm, was ist das? Wunderf... Wunderf... W-w-w-w-w-w-w-w-w. Welcom to Stan's previously owned vessels. Ja. Get off. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Have a look around. I'll be right back. Stan. Stan. Ja, Stani! Stan-y boi! Äh, pfff... Ja, flue Economy. Ah, ein Fixer-Rupper. So geh ich. So, dann geh ich mal hier zum Haus. Haus? Ich geh zum Haus! Haus! Ich geh zum Haus! Äh... Generous Max Bodybuilding Studio. Ah, ja. Okay. Weil ich nur Schwertkampf glaube ich brauche. Natürlich. Äh... Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Könnten wir wohl eintreten... Könnten wir wohl eintreten? Mir ist etwas kalt. Wissen Sie, wo der Schwertmeister lebt? Um... Ummachen Sie doch bitte die Zigarette auf. Ja, das erstmal. Bitte, bitte, den Zigaretten. Es ist nicht gut für Ihre Hilfe und es riecht schrecklich. Natürlich, ich würde es lieben. In Ihrem Gesicht. Äh... Vielleicht werde ich stattdessen verlassen. Gute Idee. Ich denke, ja. So, ne, ich... Äh... Wissen Sie, wo der Schwertmeister lebt? Ich weiß es ja schon. Könnten wir wohl eintreten. Mir ist etwas kalt. Können wir stecken? Es ist ein bisschen kalt hier. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist ein bisschen kalt hier. Hm... Du bist richtig. Ich könnte dich kalt. Ha! Was ist denn schrecklich? Was willst du? Ja. Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Können Sie mich trainieren, um besser als der Schwertmeister zu sein? Besser als der Schwertmeister? Du? Ja. Hahaha you could never be half. Even hours of hard work and sweat and blood, I remember fighting side by side with kinda at Port Royal. The local constabulary had us cornered. Das bin ich doch! Ich glaube, Sie haben recht. Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben. Ach, Kumpel! Was möchtest du? Das bin ich doch! Ich habe so, was es braucht. Du hast nicht! Der Kumpel macht mich fern!